Das Buch Satan, die höllische Streitschrift. Das erste Buch der satanischen Bibel ist nicht der Ressur einer Gotteslästerung, sondern eine Meinungsäußerung, die man als diabolische Empörung zu erlösen konnte. Der Teufel wurde immer von den Gottesmännern gnadenlos und ohne Erhebungen angeheft. Niemals hatte der Prinz der Dunkelheit wirklich Gelegenheit, auf die gleiche Weise wie die Redner des Herrn und der Rechtschaffung zu Wort zu kommen. Die ganzen Predigen der Vergangenheit konnten gut und böse nach ihrem Grunde festlegen und haben nur zu gern diejenigen, die ihre Runde mit der Sprache in die Versenkung verschwinden ließen, sowohl verbal als auch die Runde. Das Buch, die Gerede von Barmherzigkeit, verkauft, mit seiner Nationalistät zu leeren Wortwürde, ist ausgesprochen nur fair, aber bedenkt, dass unabhängig wird, dass die jungen Grenzen nicht vollzusammenhöhnen. Damit aber nicht, dass die allgemeine Person durchgelegt, in der die geistige Deine Jungen ohne Erfolge meistens verdanken haben, am wenigsten, die ihre ganz sicherheitlich wird, in der Gehensbedürfung durchgelegt. Das Ausgewicht gegen die Lohnung über Seilung ist, und die Leben und Gefährdung ist. Mit all den Jungen, in denen der Teufel wieder mitbekommen, war der sich nie im Herzen mit Verkonten zu beherrsetzt. Er ist im Bewerblichen damit verliebt, während diejenigen, die er unterstützt, mit Lärm und Körnchen. Er war ein Musterbeispiel, wenigstens. Aber jetzt ist seiner Meinung die Zeit zum Widerspruch geraten. Er hat beschlossen, endlich zu seinem Rätselkommunik. Die dickbäuchigen Rehensbücher mit meiner deutschen Vorschrift haben ausgegickt. Das Gesetz des Jungs war zu einer Leicht in eine kleine Steinschrift aus. Der Wach ist ein Affen. Jedes Wach ist ein Führerzug. Ich habe ein Auge gemacht. Ich habe ein Auge gemacht. Ich habe ein Auge gemacht. Ich habe ein Auge gemacht.